Willkommen zurück zu einem Part von Blackrock Mountain Und hier haben wir die zweite Class-Challenge Mit einem Schamanen gegen Beren Geddon Und als Gewinn kriegen wir den Lavaschock Also nicht gegen Ragnaros Das war ja auch wütend Was ziemlich heftig ist Weißt du, man kann die heftigste Scheiße treiben mit Überladung Und dann mit Lavaschock sie unlocken Das ist schon echt geil Das ist eine sehr gute Karte Sehr gut Die Karte ist echt gut Damit versuchen wir den Schamanen richtig zu pushen So spielt man eigentlich Schamanen wenig Der Schamane ist halt nicht gut in dieser Meter Der wird sehr schnell von den reconsiven Decks überwältet Oh, da lag hier Hier wird alles erklärt Taunt, Divine Chill, Charge, Windfury Alter, das Deck ist eigentlich genau wie meins aufgebaut Unbaut Elemental, Feral Spirit, Lightning Storm Geht das aber jetzt nicht mit NEPTILON Jetzt kassiere ich direkt 5 Schaden Nee Wieso? Ah, es sind überladene Malerkristalle als auch bezahlte Malerkristalle Jetzt kassiere ich direkt 5 Schaden Ne Wieso? Das sind überladene Malerkristalle Die sind nicht verfügbar damit, sind sie weg. Damit sind sie schon bezahlt. Interessant. Wusste ich jetzt nicht. Ja, easy. Pff, mein Gott, der war richtig easy überwältigt. Tick, tick, mortal. Okay, scheiß Living Bombe. Aber ich habe schon gewonnen. Ich hätte gerne noch Neptlern gespielt. Naja, scheiß drauf. Ja, die Bombe darf ihn besiegen. Wie lange ist der Part gerade? 2 Minuten und 40 Sekunden. Papa sagt, die Türkisse sind... Das habe ich mir so hart verdient. Also man hat jetzt extrem leichte Challenges gemacht. Für einen nicht so leichten Ragnaros. Pff, schon wenn ich den Namen höre. Impulsiert. Alles in mir vor Wut. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Dein Hoerick-Tuner wird's Blut regnen. Lava-Schock. Chocolate lava cake is shockingly delicious. Natürlich ist es. Sehr gut für dich. So viel Gold. Oh ja, so geil. Okay, das war's schon. Der Part war 4 Minuten. Bernie, vergiss es mal nicht. Coole Sache. Bis dann und ciao. Tschüss.